Meine Fräse, ey. Hier im Fernsehen läuft auch schon wieder nix Gescheites hier. Tag, Papa. Krieg ich ein Schlagzeug? Wie wär's erst mal mit, guten Tag, lieber Vater? Wie war dein Arbeitstag? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Ich hab gerade, also, ich glaube, ich brauch unbedingt ein Schlagzeug, weil ich hab gesehen, wie cool das aussieht und was das für ein Rabatz macht, ey. Ja, dafür brauchst du offenkundig kein Schlagzeug. Ja, aber das sieht voll cool aus und da kann man immer hier so Buff-Chuck, Buff-Chuck, Buff-Chuck. Ja, Buff-Chuck. Du kannst hier, äh, Buff-Chuck-Norris kannst du kriegen hier, äh. Ja, ja. Der gibt dir Buff-Chuck doch. Chuck-Norris kann aber gar kein Schlagzeug spielen. Er ist ja hier, äh, Karate-Kung-Fu-Mensch. Ja, Karate-Kung-Fu-Mensch, ey. Du bist auch Karate-Kung-Fu-Mensch. Was soll das für Mensch sein, ey? Ja. Wenn Chuck-Norris Buff-Chuck macht, dann bist du hin hier. Ne, von wegen. Äh, der ist total super cool. Ja, natürlich. Aber das hat nichts mit Schlagzeug zu tun. Ja, jetzt wohl. Der hat vielleicht schon mal Schlagzeug verprügelt. Das kann sein. Ja, das meine ich doch hier. Siehst du doch. Spreng mal wieder eine Sprache, ey. Ne, ne, ja, wie so oft, ne. Ey, was ist denn jetzt? Kann ich jetzt hier ein Schlagzeug kriegen, oder was? Das ist ja auch, äh, hier, musikalische Bildung ist das auch. Ja, musikalische Bildung, ey. Hier, Buff-Chuck ist musikalische Bildung, oder was, ey. Ja, da kannst du mir ja draußen helfen, ja, ich will den Zaun neu machen, da kannst du ein paar Landen anlagen, aber auch Buff-Chuck, doch. Nur auffassen, dass ich nicht auf Finger hauße, dann kannst du nämlich nicht mehr Musiker sein. Ne, also, ey, Buff-Chuck, doch. Ich hab mir noch nie auf den Finger gehauen, ich kenn das nämlich. Außerdem kann man ohne Finger auch immer noch Sänger werden, ey. Ja. Weil da kennst du auch viel nix von, ne? Ja, kenn ich doch wohl, ne. Hier, äh, singende Säge, kannst du werden, ne. Ja, ha. Äh, vielleicht guckst du dir erstmal ein paar Bud Spencer-Filme an, da kannst du vielleicht hier nur lernen, wie das geht mit dem Schlachtzeug, da gibst du erstmal zwei auf den Ohren, da so BÄM! Ja, 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 ja.